Im integrierten Pflanzenschutz gilt das Motto So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Moderne Landwirte vertrauen deshalb dem Pflanzenschutzkonzept von Agrikon. Durch den Einsatz moderner Pflanzenschutzsensoren erhalten die Bestände exakt so viel Wachstumsregler und Fungizide, wie sie für ein optimales Wachstum benötigen. Zur Verfügung stehen zwei unterschiedliche Sensorsysteme. Sie werden entweder am Spritzgestänge oder Spritzenkörper montiert. Während der Überfahrt wird der Bestand rechts und links der Fahrgasse gescannt. Gemessen wird die aktuelle Stickstoffaufnahme. Anhand agronomischer Regelfunktionen wird vom Sensormesswert automatisch die optimale Dosis abgeleitet. Die Pflanzenschutzspritze setzt die Empfehlung direkt um. In dünnen Beständen mit niedrigem Lagerrisiko und Krankheitsdruck werden weniger Mittel appliziert. Das verhindert ertragsphysiologischen Stress, spart unnötige Kosten und trägt zu mehr Umweltschutz bei. Dichte Bestände mit einem hohen Lagerrisiko und Krankheitsdruck erhalten eine höhere Dosis. Das sichert Ertrag und Qualitäten und erleichtert zur Ernte den Drusch. Alle Pflanzenschutzmaßnahmen werden in AgriPort dokumentiert. Anhand der vom Sensor aufgezeichneten Karten lassen sich die variabel ausgebrachten Mengen exakt nachvollziehen. Ergebnisse aus Versuch und Praxis bestätigen. Mit dem AgriKon Pflanzenschutzkonzept sinkt der Mittelaufwand pro Jahr um 12 bis 15 Prozent. Bei gleichzeitigen Mehrerträgen von 3 Prozent. Jedes Jahr ergibt sich somit ein durchschnittlicher Mehrerlös von 45 Euro pro Hektar. AgriKon – Wir machen das!